Im Altersheim sitzt einer, so ein zittriger Kleiner, und er brappelt immerzu, was vom Clou, was vom Clou. Hamburg 75, glaub mir, da war noch beliebtig, als ein Racktime-Pianist, dass ihr's wisst, dass ihr's wisst. Und im Altersheim die Alten können sich kaum vor Lachen halten, Gottfried rufen sie, hau rein, ins Klavier vom Altersheim. Hamburg 75, Jungs, war das gewöhnlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. Sowas gibt es heute nicht mehr, ist verdammt lange her, ist verdammt lange her. Herr, Herr, befiehl du meine Wege, geigt ein Alter auf der Säge, vor dem Bahnhofsrestaurant, stundenlang, stundenlang. Und er muss andauernd weinen, und er singt, ich hatte einen, einen tollen hatte ich, Bogenstrich, Bogenstrich. Kinder ziehen ihm an der Hose, hallo, Geigen-Virtuose, langer Lonzo, Opa sagt, du warst früher mal gefragt. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. So was gibt es heute nicht mehr, ist verdammt lange her, ist verdammt lange her. Ins Altersheim sie stoßen, den uralten Lonzo, den Großen. Gottfried labert immer zu, Lonzo du, Lonzo du. Lonzo ruft, Mensch, ist das schön, Gottfried, dich nochmal zu sehen. Lass uns spielen, lass uns doch, kannst du noch, kannst du noch. Und im Altersheim, die Alten, staunend sie die Luft anhalten. Kinder, so ein starkes Stück, fast wie damals in der Fabrik. Hamburg 75, Jungs, war das gemütlich. Da schien noch ein richtiger Mond in der Nacht, die Musik haben wir noch mit der Hand gemacht. So was gibt es heute nicht mehr, ist verdammt lange her, ist verdammt lange her. So ich bin voll mit der HandOs. Vielen Dank.